Und das ist Pele, Nummer 10. Putino, Pele. Pele, aufpassen, Wilden, aufpassen. Pele hat aufreißen kann. Joe Pele. Wir haben doch einige Hemmungen vor dem Gegner und vor diesem Spiel. Diese Belastung. Hoffentlich vergisst er es selbst. Pele. Zito, Pele, Zito, Pele. 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 Er ist ja bekannt für ihre Weite. Jetzt Pele. Zito. Achtung, Pele. Nichts, sondern er steht meistens in der zweiten Linie. Mit Zito zusammen, der da kommt. Pele. Das ist Dr. Gosling mit der hohen Stirn, der jetzt mit ihm weggeht. Der Arzt, der Brasilianer, der gestern lange im Gesundheitszustand. Bele gegen Schulz. Bele. Nein, Freistoß. Jetzt keine Diskussion. Gut. Pele. Mengalvio. Pele. Achtung. Tor. Ein bisschen feierlich für ein Fußballspiel. Feierlich für ein Fußballspiel. Pele. Schulz. Zito. Pele. Tigno. Interventionen gezeigt gegen Pele, dass er das gar nicht nötig hätte. Pele. Pele. Und die vielleicht darüber das Kämpfen, beziehungsweise manchmal im Fußballjargon das Spielen vergessen. Jeder wartet, wartet auf sein 2 zu 1 für den Weltmeister. Und das waren sie. Die Betonung.